Hier ist er. Ja, das ist bloß eine Bombe. Das war ich. Da hat sich der Sack nie gelohnt, würde ich sagen. Das ist doch mal eine Sackgratte gewesen, ey. Ja. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Vermonite 2. Wieder mit dem Lord Zoro und dem Pyruca. Immer noch als Hexenjäger und Waldläuferin. Wir haben eine ganze Woche nie gespielt. Das heißt, es wird jetzt wieder interessanter, erstmal reinzukommen. Aber der Hexenjäger hat schon mal eine Proberunde gemacht. Und ja, war sehr erfolgreich, ne? Ja, es waren nicht eine, es waren drei. Drei Proberunden? Oh Gott, das ist gut. Ja, die erste hat der Horst verlassen. In der zweiten sind wir alle gestorben. Und die dritte haben wir gerade so geschafft. Es lag nicht an mir. Es lag nicht an mir. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Aber wer war bei allen drei Runden dabei? Der Zwerg. Der Zwerg. Obwohl ich mit Hexenjäger gespielt habe, ne. Wunderbar. Ja gut, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich eher Veteran? Wie ein Veteran oder eher wie ein Champion? Ich fühle mich wie ein Held. Wie ein Held. Du hast ja immerhin dein Level 15 geschafft. Ich habe keine Ahnung, ob uns das viel nützt. Ja, okay. Dann fühle ich mich halt wie ein Horst. Okay. Ja, du bist ja jetzt hier der Horst. Ja. Aber ich wollte eigentlich wissen, ob man jetzt hier so oder so, ne. Na so. Ja, das ist doch ein Wort. Ja. Was für ein Wort? Das kürzere von den beiden Schwierigkeitsgraden. Wunderbar, was? Das kürzere? Was? Ja, ja, stimmt. Kürzere. Das kürzere Wort von den beiden Schwierigkeitsgraden. Aber was vierer sind, ne? Ja, stimmt. Aber die anderen standen ja nicht zur Auswahl. Aber es müsste trotzdem das kürzeste sein, oder? Das Recruit kürzer? Ne, Recruit könnte noch kürzer sein, oder? Ja, Recruit glaube ich ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann gerade nicht nachschauen. Ja, ich auch nicht. Hey, Herbert, komm mal schneller. Oh, der hat noch einen Horst dazugeholt. Ratzelwatz. Cooler Name. Ja, okay. Finde ich gut. Der eine ist Horst, der andere ist Herbert. Du weißt doch, Horst von Elmenian. Jedi. Elmenia. Ne? Immer mit in die Fresse rein. Ne? Ne? Ja, das ist doch schon lustig. Er rennt alles nieder. Ja. Die Zeiten, ja. Das ist schon länger her, ne? Ja. Jetzt spielen wir bloß nach Black Desert. Ne du, ich vielleicht mal selten, ne? Ja. Ich hol mir meine Millionen ab und bin dann wieder raus. Ich arbeite wenigstens noch für mein Geld. Ne, ich mach nichts für mein Geld. Das ist alles richtig gemacht. Ja, das ist es ja. So, geht los. Ich schieß den Wald. Bist du sicher, dass du Veteran gemacht hast? Die sind alle so hohes Level. Das sind alles Einzelspieler. Die spielen Veteran, weil sie wissen, dass sie da durchkommen. Alleine. Na, super. Das sind ja genau die richtigen. Also so richtige Teamsplayer. Teamsplayer, was? Teamplayer. Ja. Naja, sehen wir ja gleich. Ah, stimmt. Ich hatte da auch irgendwann mal so einen, wo ich alleine gespielt hatte. Der hat die Feuertussi gespielt. Auf Level 30, auf Veteran. Und hat alles weggemacht da. Hm. Da fragst du dich, warum der auf Veteran spielt. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Ja, weil er auf Champion alleine nicht durchkommt. Ah, aber so wie der das Zeug dann weggemäht hat, müsste der doch eigentlich hier auf Champion zurechtkommen. Mit ein bisschen Teamplay. Ja, und dieses bisschen, bisschen hat wohl gefehlt. Dann ist er aber hier im falschen Spiel. Ich weiß nicht, das müsste man ihm vielleicht mal sagen, dass er vielleicht dann lieber Skyrim spielen soll. Naja, gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier solche Spaßvögel haben. Oder nicht. Hier, brauchst du Muni. Hey, falls du schon mal was verschossen hast. Ich hab es ja auch nicht verschossen. Naja, dann kannst du ja jetzt mal ihn verschießen. Oh, gerade. Ja, von hinten. Und erledigt. Oder? Sag mal, wie viele kommen denn hier? Naja. Ja, zweitemporäres Leben für alle. Äh, bin ich nicht nett. Stimmt. Hier, dann tu mal ihn anpingen. Eben von diesen kleinen Viechern. Ach, die kann man nicht anpingen, ne? Nein. Nur die großen. Die, die mehr Spaß machen. Na, ich hoffe, du hast die Pink-Taste ordentlich pink gebeindet. Die wirst du jetzt brauchen. Naja, du, also, äh, vielleicht. Ich würde es ja gerne umändern, aber, also, tauschen. Aber? Na, geht grad so schlecht. Ich bin am Laufen. Ich dachte, du hast sie schon umgeändert. Hattest du das nächste Mal schon? Ja, aber damit bin ich nicht ganz so zufrieden. Daumentaste ist nix für dich. Na, das schon, aber ich hätte die andere Daumentaste gern. Ach so. Okay. Ich hab die hintere, die ich mir eher mit dem, mit dem, äh, Gelenk erwische. Oh. Juhu. Hier sind aber gleich, geht's gleich richtig los, ne? Für Veteranen. Ja. Das sieht man heute schon den ganzen Tag. Das wurde halt eh ne anstrengende Aufwärmrunde. Meins, meins. Ich hätte gedacht, ich hätte grad hier, ich hätte so, so, so ne Gesackte. Hier ist er. Naja, bloß, bloß ne Bombe. Du, da hat sich der Sack nie gelohnt, würd ich sagen. Das ist doch mal der Sack gerade gewesen, ey. Ja. Den Sack hättest du dich spornen können. Aber ehrlich. Hier, die wollten keinen Sack. Siehst du das? Die rennen fort. Wir sind ja auch Sackgesichter. Musst du eigentlich in der Nähe sein, damit das funktioniert? Nö. Nö, okay. Genau. Also, also, den kurz angepingten, der hat nichts gebracht, leider. Kann ich schon mal sagen. Ah, okay. Also, wahrscheinlich wird es ein Radius haben, aber keine Ahnung, wie groß der ist. Hat das einen Cooldown? Nö. Oh, okay. Es hast alle angepingten. Ja. Wollen wir Grimm mitnehmen? Ich weiß nicht, was das Zwerg macht, aber... Irgendwann so schnell wollen. Was macht denn der Zwerg? Er hat auf jeden Fall hier ganz schön was am... Oh. Oh, shit. Ja, ich hab vergessen, dass nachladen ist. Hast du langsam mit der Flankkraftwaffe... Ja. Machen wir das halt so. Der Zwerg hat das überlebt? Ja. So, wollen wir den Grimm nehmen? Also, ich nehm jetzt den Grimm. So, ich geh jetzt einfach hier lang. Und dann... Von mir aus. Hol ich mir den. Aber hier, die laufen auch schon in die Richtung. Papistisch. Ich will von dir gar nichts wissen. Aber hier, wo alle zum Grimm waren. Nimmst du den? Schnell, der Batch. Schneller. Äh, hüh. Naja, gut. Das ist Wetter ran. Ich dachte gerade, der Schwächste nimmt den Grimm. Ach, take your time and tell it. Was soll denn das heißen? Ja, du bist bloß Level 15. Ja. Deswegen, ja. Darf er euch immer noch mehr, mehr leben als der Level 30er? Das stimmt, aber der ist auch blöde. Ähm. Ja, dafür kann ich ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er da vorne gemacht hat. Hier kann er sich gleich in den reinziehen. Na, will er nicht. Will er nicht. Das ist nicht. Nimm du's. Da ist nochmal ein Heizzeug. Was ist das für ein Geräusch? Horde? Nee, ein dicker, glaube ich. Nee, großer. Ist auch nee, was für einer. Mit Horde. Ja, ein Karspawn natürlich. Schöner Crit, aber es hat immer das Gefühl, es zieht nix ab. Na, geh weg. Horde noch? Okay, sind bei mir hier die Viecher. Also ein paar. Nee, alle. Komm mit zu dir. Ja. Ja, von hinten gepufft. Ach Mist, die Fähigkeit ist noch nie ganz fertig. Ah, der Dick ist tot, sehr gut. Entschuldigung. Entschuldigung? Ja, hab ihn kaputt gemacht. Ja, sehr gut. Haben die letzten Schüsse gemacht. Aber sehr gut, dass ich keiner hat greifen lassen von ihm. Das ist schon mal super. War hier drüben ja noch der? Na ja, da müsste ich gleich noch einer sein. Sind wir am Lager. Da ist er. Ja, genau. Nimmst du? Nee, 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 nee. Okay. Schneller. Dann bist du wieder hier der wichtigste Mann, ne? Ja, ich bin der, der als erstes stirbt immer. Deswegen ist ja gut, dass du das ganze Zeug einsammelst. Entschuldigung gehabt. Entschuldigung, hab kleberige Finger. Ja, ja, ich seh schon. Und Füße. Was steckt da alles unter seinem Mantel? Ganz große Innentaschen. Nee, der macht das noch in den Mantel, unter den Hut. Ja, unter dem Hut, da hat er auch genug Platz. Denkst du, da sind Haare da drunter? Das ist alles ne Glatze. Alles nur zu verstauen. Ja. Und zwischen die Ohren kann er auch noch was packen. Da ist ja auch nichts da. Redling Gun. Hm, ich hör dir, Redling Gun. Ist die weg? Ah, da. Was? Komm noch mal. Da ist ne Gasratte. Ja. Braut sich aber nicht raus. So. Hab's noch mal markiert. Jo. Besser ist das. Hier ist noch mal Muni, falls du das haben willst. Nee, ich bin am Nachlaut. Hab ja nur 30 Schuss. Die beiden da haben's eilig, ne? Also vor allen Dingen der Zwerg wahrscheinlich. Der ist ein Zeitig. Ja, ich meine, es ist ja auch schon spät. Da muss man sich auch mal beeilen, dass man noch was zu essen kriegt. Vielleicht ruft Mami gerade. Hm, hm. Black Rat. Tschüss. So, holen wir uns hier den Grimm auch noch gleich. Ach, verdammte Schild, Heinze. Hier ist ne Bombe. Ja, ich hab auch schon den Lich erwischt. Ähm. Vorsicht, Viecher. Ja, merk schon. Hab den krassen Rundläufer auf dem, äh, markiert. Ja. Ist down. Ja, gut. Ja, ich bin hier gerade noch mit den ganzen Klänen beschäftigt, deswegen. Doch. Ja. Hier ist irgendwie nicht die beste Position dafür. Die kommen mir hier von allen Seiten, das ist unangenehm. Du musst nur von einem Spot zum anderen wechseln die ganze Zeit. So, hier haben sie schon gedrückt, in jedem Falle. Gucken wir mal, hier drüben haben sie aber wahrscheinlich auch schon. Ja, haben sie. Ja, haben sie. Den geht schon. Nimm das halt zurück. Ne, nicht mit mir, du. Jo, gönn dir ein. Du musst den noch hauen. Mir geht's noch gut, alles gut. Ja, ich hab noch ein bisschen mehr SELF. Dann kann ich mir den letzten Folianten reinziehen. Oder hier der Zwerg. Ist mir auch egal. Hehe. Vielleicht bleibt er ja beim Finale wenigstens bei uns. Ja. Ah ja, hast schon recht. Sollte gleich am Anfang hat man eigentlich schon gesehen, warum sie wahrscheinlich auf Veteranen spielen. Weil wenn du das auf Championen machst, dann ist wahrscheinlich gleich das ganze Team hinüber. Ja. Ja, nachladen. Jo. Aber die, äh, die Feuertante ist echt gut, glaube ich. Da hast du Ratte von mir. Chaos. Oh. Hast du markiert? Ne. Die Wahl ist hin. Ich hör sie, aber ich seh sie, ne. Hm. Ah ja. Nice. Achtung, Kurde. Also. Ich seh sie nicht markiert. Alles gut. Da hat es dann eine ganze Gruppe, die da hättest markieren können. Ja. Heizzeug braucht genau, ja. Vor mir ist eine. Eine was? Ach so. Ja. Die. Das ist hinter uns. Entschuldigung. Bei mir war es direkt davor. Ja. Ich hab genau auf die Truft geklotzt. Das nützt mir ja nix. Ich weiß ja nicht, wenn du, wo du bist. Ja, der, ich bin der mit ehem Schuss. Hier kannst du nochmal ne Muni holen. Oder? Schnell nochmal Muni grabschen und hier rüber. Ja, von hinten. Ah, ich häng fest hier. Ich hab die Bombe immer noch. Das ist gut. Und die hab ich schon zweimal eingesetzt. Das ist in jedem Fall nicht gut. Wenn's sich Bomben lohnen. Hier ist noch ein Fass. Das wollen wir nicht. Dann mach ich ja mal nicht so ein Fass auf. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Wobei, ich würd jetzt gerade ihn mittrinken. Auf die Plätze fertig los, wa? Ist das Werk schon runter? Was sind denn das für ein Vollidiot? Warum? Hier oben liegt noch ein Verbandszeug. Ach so. Naja. Er wird sich denken, brauche ich nicht. Ich bin zu gut. Ich spiele nämlich mit Level 30 auf Veteranen. Hey, wer haut mich da von hinten? Ja, jemand. Es ist schwach im Kopf, genauso wie du. Schön. Ja. Ah, genau. Finde ich gut. So, jetzt kommen wahrscheinlich die hier Grüne. Ja, da. Hier hast du die Grüne. Gasrad, der ist hinüber. Hört ich nur so schnell pingen. Tut mir leid. Ja, macht nix. Du musst ja erstmal suchen, wo die Viecher sind. Ja. Haben die das Ding echt schön gedreht? Das geht echt flott. Wenn der nur am Drehen ist. So. Drehen wir mal ein bisschen am Rad hier. Kann ich wenigstens auch nochmal am Rad drehen hier. Nehmen wir bloß der Zwerg. Aber. Okay, ist dran. So. Was schlaste? Ich muss gleich noch jemanden antworten. Wem musst du denn antworten? Jemanden? Naja. Ich halt gerade schlecht zu sagen. Na gut. Oh. Huschallah. Oh. Oh. Das war doch eine super erste Runde. Ich will sogar jemanden, der gelegen hat. Ach echt? Wer denn? Der Niedrigste, der darf das. Das ist der Niedrigste, der Niedrigste, der darf das. Ihr habt alles Self-Heal. Durchs Killen. Ich nicht. Oh, du Armer. Ich muss durchs Pingen healen. Und dann euch auch noch. Durchs Pingen. Alter Pinger, du. Ja. Mach keinen Pong, ich mach Ping. Ping und Pong. Ja, das hat sie doch gelohnt. 825 Erfahrung. Bin ich auch leider 24 geworden durch. Oh, bloß gerade so. Ja. Kein Beutewürfel. Schade. Haben wir sogar die Sackhörte gekriegt. Warum träg ich hier mal Chef Kuh? Weiß ich nicht. Was macht denn Schiff Kuh? Ja, ich wollte eigentlich Schiff Tab drücken. Ach so. Ja, da bist du aber daneben, so. Ja, leicht nur. Nehmen Kuhlzeitleiter. General. Ein Koffer. Ich auch. Ich hab meist erlittenen Schaden. Ich seh's noch gar nicht. Mach mal hinne hier, Bildschirm. Das darf ich nicht. Was hab ich denn? 8 Liter Einheiten und Schaden an Bossen. Ja, die Feuermagierin war gut. Die hat ordentlich Radau gemacht. So, mal gucken, was hier im General drinne ist. Dreimal blau, das ist ja verrückt. Los, Blockwinkel. 240. Bis 250. Werke, Moment, Langbogen. Ach, das ist der, den ich auch hab. Ist das ne andere Illusion? Die der da hat? Er sieht auch cool aus. Uh, ich hab ne legendäre. Äh, Armbrusten, Schnellschießer, wie ich eh schon hab. Ne Crit-Chance und Crit-Kraft. Na ja, da krieg ich nen gleich nochmal. Also die, dieselbe Illusion auf dem Bogen. Ey, schön. Der Boni ist unschlecht. Critische Treffer stocken zwei Munition wieder auf. Ja, da... Also immer, immer, immer schön auf die Kopfschieße. Da hatte ich, oh, naja, das ist kein Crit. Kopftreffer ist kein Crit. Doch, bei mir, naja, bei mir meistens auch. Bei mir hat das nix mit dem, mit dem, mit der, mit dem Treffer zu tun. Weil der Pfeil auf seinem Weg schon den Crit-Effekt hat. Also die, wenn die Pfeile critten, dann ziehen die irgendwie so einen leicht gelben Schweif hinter sich her. Und das machen die schon, bevor sie irgendwas getroffen haben. Also das hängt nicht davon ab, was du triffst. Naja, wenn du, wenn, wenn ich beispielsweise in den Crit treffe, äh, wird das Fadenkreuz ja orange. Ne. Oder, wird das Fadenkreuz orange? Das Fadenkreuz wird orange, wenn du in ne Schwachstelle vom Gegner triffst. Ja, Schwachstelle, äh, ja. Uh, na gut, dann machen wir halt gleich weiter. Gut, jetzt eigentlich Zeug einschmelzen, aber... Wollen wir noch mal weiter ran? Naja, gut. Ja. Wenn's, wenn wir gerade hier so gute Mitstreiter haben, dann müssen wir mal weiter ran spielen. Ja, ich weiß ja nicht, ob die, äh, Champion mit mal. Also, am Anfang stehen sie erstmal blöde rum. Ja, ich weiß ja nicht, ob die, äh, in 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 die, ä